So, dann war's der Zeit und ja, die Textkonsole ist offen. Offensichtlich geht's mal wieder um IT. Heutiges Themenfeld, Logdateien. Ich denke, die meisten von euch wissen, Logdateien, die können ganz hilfreich sein, wenn es darum geht, Fehler zu beheben oder Ursachen allgemein zu suchen. Die bekanntesten, das dürfte unter Linux wahrscheinlich D-Mask sein, das sind die ganzen Meldungen, die der Kernel so ausspuckt, also hauptsächlich Dinge, die ja wahrscheinlich was mit dem Grundsystem oder Hardware zu tun haben. Auf Systemen mit Syslog gibt's dann meistens auch noch eine Valog und dann zum Beispiel Messages oder syslog.log. Da stehen alle anderen Meldungen drin, die so vom System kommen. Das heißt also, wenn E-Mails rein, rausgehen, Logins und solche Späße. Aber auch einiges, was von Programmen kommt. Und auf Systemen mit Systemd, da gibt's zum Beispiel Journal.ctl. Hier zum Beispiel mal gucken. Das ist im Prinzip der Ersatz für das damalige Syslog bei Journal.ctl oder allgemein Journal.d heißt das System dahinter. Da werden diese Fehlermeldungen nicht mehr direkt lesbar in eine Textdatei geschrieben, sondern in einen Binär-Blob, den man nur mit spezieller Software lesen kann. Vorteil, man kann's einfacher verwalten. Nachteil, man kann's ohne die passende Software halt nicht mehr lesen. Wenn man zum Beispiel von einem Live-System oder so arbeitet, ist das manchmal etwas nervig. Was man aber machen kann, das ist dann zum Beispiel hingehen und sagen, okay, wir möchten zum Beispiel nur die Logs von dem Dienst VNStat haben, dann geht dieses Journal hin und filtert das passend raus. Dazu kommen dann meistens noch sehr viele andere Log-Dateien. Meistens unter VarLog abgelegt. Zum Beispiel Apache oder allgemein Web-Server sind dafür bekannt, dass sie Access-Logs da ablegen als Textdatei, einfach um das getrennt vom System zu halten. Unter Windows ist das Chaos ähnlich. Manche Programme legen Log-Dateien an, die sind hier aber nicht an einem zentralen Ort, sondern teilweise im Programmverzeichnis, teilweise in Programm-Data, in App-Data, überall verstreut. Und dazu kommt dann noch die Windows-Ereignis-Anzeige oder Event-Viewer. Da kann man dann die System-Logs nachgucken, die halt auch wieder da aufgeteilt sind. Auf Windows werde ich jetzt nicht weiter eingehen, einfach weil ich relativ wenig mit Windows mache. Ich bin mehr im Serverumfeld aktiv und, naja, Windows im Serverumfeld, reden wir nicht weiter drüber. Jetzt haben wir so lange über Logs geredet, aber ein großes Problem bleibt noch. Egal, ob die jetzt verteilt sind oder zentral in Journal-D oder sonst irgendwas, sie sind meistens nur auf dem lokalen Rechner. Und das kann schon mal zum Problem werden, weil wenn der Rechner irgendwie ausfällt, naja, dann kommt man jetzt erst mal nicht mehr an die Logs dran. Genauso, wenn man irgendwelche Dinge hat, zum Beispiel irgendein Security-Inzident, da kann es schon mal vorbekommen, dass mehrere Systeme beteiligt sind und man möchte eventuell gucken, wie die miteinander interagiert haben. Also welcher Ablauf, welches System hat wann welche Meldung geworfen. Und an der Stelle, da können zentrale Log-Management-Systeme weiterhelfen. Das, was ich dann heute zeige und was ich hier auch selber einsetze, das ist Grey-Log. Wenig überraschend ist das so ein Log-Management-System. Und wenn wir die Wikipedia bemühen, das Ding sammelt, speichert und stellt Suchfunktionen eben für solche Logs bereit. Hier steht irgendwas von Terabytes of Machine Data. Naja, das kommt natürlich sehr darauf an, was man dahinter hat. Hängt hauptsächlich damit zusammen, wo drauf das Ganze basiert. Wir sehen es hier unten schon. OpenSearch und MongoDB. OpenSearch, auch bekannt als ElasticSearch oder Kibana. Das sind Systeme, die sind dafür ausgelegt, in großen, unstrukturierten Datenmengen rumzusuchen. Prinzipiell eine coole Sache. Allerdings geschrieben in Java, hat jetzt nicht unbedingt den Ruf, die beste Performance zu haben, aber es ist benutzbar. Und dazu kommt MongoDB. Das ist auch, ja, ich tue mich schwer, es Datenbank zu nennen, aber sie nennen es halt Datenbank. Unterschied ist, OpenSearch geht einfach auf, hier hast du einen Text und MongoDB erwartet schon so ein bisschen Struktur, dass man sagt, okay, ich habe ein Feld, das heißt Datum, das ist XYZ. Ich habe ein Feld, das heißt Nachricht, das ist diese Nachricht. Und ja, da ist entsprechend MongoDB dabei. Greylock selber, wenn man sich die Webseite anguckt, wird man feststellen, dass das auch ein kommerzielles Produkt ist. Das ist also so geteilt. Die kommerziellen Lösungen haben wenig überraschend ein paar Features mehr, aber prinzipiell die meisten sind in der Open Source Variante auch drin und die sollten für die meisten Leute hier auch ausreichend sein. Wenn wir dann auf die Download-Seite gehen, dann sehen wir schon, ja, Docker-Image, Docker-Compose, das ist so das, wo empfohlen wird zu nutzen. Da haben wir auch mal einen Stern dran. Docker kann zwar helfen, Dinge schnell hochzuziehen, allerdings birgt es halt auch eine Menge Dinge, die kaputt gehen können. Es sind halt noch mehr Layer zwischen der Software und dem System. Anyhow, machen wir das Ganze mal in Docker, wenn es empfohlen wird. Am einfachsten dürfte Docker-Compose sein. Das sorgt dafür, dass alle nötigen Voraussetzungen auch direkt mitgebracht werden. Ich gehe davon aus, dass ihr Docker auf eurem System schon mal installiert habt und soweit das Ganze läuft. Dann können wir nämlich einfach hier die fertigen Dateien benutzen und entsprechend darauf aufbauen. Das heißt, auf meinem System hier, da ist Docker installiert, es ist Docker-Compose installiert. Machen wir uns mal einen neuen Ordner hier und was wir dann machen, ist normalerweise würde ich sagen, den Code klonen. Hier in dem Fall ist das nicht so dolle, weil hier sind irgendwie für alle Varianten von Greylock-Dateien drin. Wir brauchen ja nur die OpenCore. Das heißt, ich lade gerade einfach die beiden Dateien hier einmal runter, die Docker-Compose-File und das Environment. Und ja, die Environment müssen wir dann nur noch anpassen. Hier stehen die passenden Befehle auch schon drin, die wir machen müssen, um das auszufüllen. Im Prinzip geht es nur darum, ein paar Secret-Keys da reinzumachen, dass die Verschlüsselung dann auch sinnvoller arbeiten kann, sowie ein Root-Passwort festzulegen für den ersten Login. Macht eventuell Sinn. Wie gesagt, die Befehle sind drin. Die nutzen jetzt hier pwgen. Das ist nicht immer vorinstalliert. Im Endeffekt könnt ihr auch irgendwie mit dem Passwort-Generator eurer Wahl euch da etwas Passendes machen. Die Anforderungen stehen ja oben. Mindestens 64 Zeichen sollten es schon sein. Und was das Passwort angeht, das ist einfach ein SHA256. Auch den kann man relativ flott hier generieren. Zum Beispiel für das Wort Geheim. Wenn wir das dann haben, dann können wir mal einen Blick in die Docker-Compose reinwerfen. Hier sehen wir nämlich, was der denn da wirklich dahinter macht. Im Endeffekt setzt er ein MongoDB auf, ein OpenSearch und den Greylog selber. Wir sehen ja auch, MongoDB ist Version 5, OpenSearch 2.4 und er legt jeweils Volumes an, wo er dann seine Daten drin speichert. Muss man natürlich im Hinterkopf behalten. Je nachdem, wie viele Logs sie sammelt, kann da ein bisschen Platz nötig werden. Das heißt also, wenn ihr zum Beispiel die Docker-Standard-Konfiguration nutzt, dann liegt meistens unter ValibDocker einfach alle Volumes. Da sollte genügend Platz zur Verfügung stehen. Und was man auch natürlich im Hinterkopf behalten sollte, Docker ist nicht unbedingt Multi-Plattform-fähig. Das heißt also, auf einem System zum Beispiel mit einer ARM-CPU, da wird es nicht ohne Änderung laufen. Also Raspberry Pi oder sowas ist da eher jetzt erstmal nicht das Ding der Wahl. Und man muss natürlich im Hinterkopf behalten. Docker-typisch. Alles, was irgendwie mit Sicherheit zu tun hat, ist hier ausgeschaltet. Ich werde jetzt auch nicht weiter auf die Sicherheit eingehen. Ich gehe einfach mal davon aus, ihr nutzt das in einem abgesicherten Netzwerk, wo sonst nichts ist. Schöner ist es aber natürlich am Schluss, sich Zertifikate zu generieren. Ich lasse euch da ein paar Links da. Standardmäßig sind hier unten auch schon jede Menge Ports offen. Zum Beispiel für Beats, Syslog, RAW, TCP, GELF und was das ist, da werden wir gleich noch dann drauf eingehen. Im Prinzip sind es aber die ganzen Ports, über die wir nachher Logs sammeln können. Als nächstes kann man dann hingehen und den ganzen Kram mal runterladen. Docker Compose Pull, dann lädt er entsprechend alle von den nötigen Containern einmal runter. Vorsicht, das sind schon alleine mehrere Gigabyte. Ich sagte ja schon, nicht sonderlich effizient und so. Hat bei mir auch dann direkt mal gekracht, weil hey, nicht genügend Platz. Na gut, habt ihr eine Runde aufgeräumt, dann geht das schon mal besser. Wenn wir das haben, dann können wir Docker Compose abmachen, um das Ganze zu starten. Normal macht man es mit "-d". Es heißt, er startet es im Hintergrund und lässt es einfach laufen. Ich mache es jetzt ohne, dann sehen wir die ganzen Meldungen, die das Ding schmeißt und können direkt schon mal sehen, was denn wo wie passiert. Und ja, da sehen wir schon einen Fehler. MongoDB exited with Code Zero. Scheint so, als ob MongoDB nicht läuft. Das ist nämlich leider wieder eine Einschränkung von MongoDB. Wie gesagt, ich bin nicht so wirklich begeistert von diesem System. Es ist halt nicht sonderlich flexibel. Es braucht nämlich zwingend eine x86 CPU mit AVX Support. Das heißt also üblicherweise so Sandy Bridge oder neuere Intel CPUs werden benötigt. Ich habe hier einen älteren Server. Der hat irgendeinen älteren Xeon. Der hat die nötigen Sachen noch nicht. Heißt also offiziell MongoDB nur auf aktuellen Systemen. Glücklicherweise habe ich dann noch einen kleinen Trumpf im Ärmel, denn MongoDB ist ja Open Source. Das heißt, man kann statt den fertigen Binaries, die das benötigen, zum Glück auch ein bisschen rumspielen. Ich habe hier ein Gentoo. Gentoo kompiliert alles aus dem Quellcode selber, passend für die CPU. Das heißt, wenn ich mir das selber kompiliere, dann läuft das Ganze. Gut. Ich bin also hingegangen, habe in dem Container den MongoDB ausgetauscht von dem, der bei Docker mit dabei ist, auf Docker Hub gegen den selbst kompilierten. Und denen klappt das auch besser. Was wir dann machen können, ist auf dem Port 9000 auf die IP von dem System verbinden. Und denen kommt das hier. Welcome to Greylock. Hooray. Der Login hier, das ist der Benutzernamen Admin und das Kennwort, was wir eben festgelegt haben. Und wenn wir dann lernen, dann kommt hier, ja, es gibt noch einen Getting Started Guide. Für uns relevant ist aber eher Search. Da sehen wir nämlich jetzt eigentlich alle eingehenden Nachrichten. Zumindest die der letzten fünf Minuten. Das ist der Standardfilter. Die würden hier unten dann entsprechend auftauchen. Wer will, kann sich jetzt hier durcharbeiten. Wir sehen hier oben, hier gibt es ja noch jede Menge Sachen. Streams sind also verschiedene Datenströme, die man machen kann. Wir werden jetzt alles im Default halten. Man kann hier Alerts draufsetzen, dass man eine Info bekommt. Man kann sich Dashboards einlegen, wo man direkt einen Überblick über so gewisse Werte bekommt. Und natürlich die Enterprise Features, die kostenpflichtig sind, wie Security Zeugs. Für uns relevanter ist aber eher der Bereich System. Da gibt es jede Menge. Und ja, was man hier machen kann, das ist zum einen unter Notes. Einmal nachgucken, was das Ding hier denn macht. Das ist unser Server, den wir hier haben. Wir sehen aktuell null Nachrichten, die in der Queue sind. Wir sehen die Speicherbelegung. Unter Details sehen wir noch ein bisschen mehr. Unter anderem auch, was er alles so verstehen kann. Aber wir müssen erst mal Daten reinkriegen. Dafür relevant sind hier die Ports, die wir eben schon gesehen haben. Für eben Beats, Syslog, Gelb und Co. Die sind aktuell aber noch nicht aktiv. Die haben wir zwar in Docker durchgereicht, aber Greylog weiß davon noch nichts. Das wollen wir ändern. Also holen wir mal hier Gelb auf der 12201 per TCP und UDP. Was wir jetzt machen können, das ist unter System Inputs hier oben einmal auswählen, was wir haben wollen. Zum Beispiel eben Gelb. Da haben wir TCP. Dann Launch New Input. Hier ist jetzt schon mal ein bisschen was vorausgefüllt. Wir wollen es auf diesem Knoten hier haben. Wir wollen es auf dem Port 12201. Das ist der Standardport. Das einzige, was wir angeben müssen, das ist der Titel. Also wollen wir mal Gelb TCP bestätigen. Und jetzt haben wir unseren ersten Input, wo wir Daten reingeben können. Das wiederholen wir jetzt für alles, was wir sonst noch haben wollen. Also Gelb UDP und dann auch Syslog auf 5140. Bei Syslog muss man ein bisschen aufpassen. Wenn wir hier nämlich gucken, 514 ist der Standardport. Wir wollen 514 0. Einfach, dass wir mit dem Host-System irgendwo kollidieren und auch hier einfach anlegen mit einem passenden Namen. Wenn wir die dann ja alle haben, dann sehen wir auch schon überall rechts daneben. Ja, 0 Byte und keine Nachrichten. Oh Wunder, wir haben ja noch nichts konfiguriert, was hier Dinge hinschickt. Das Einfachste, was wir benutzen können, um Dinge hinzuschicken, ist Syslog. Syslog wird von sehr vielen Systemen unterstützt. Insbesondere sehr viel IoT-Kram oder Infrastruktur-Kram. Das heißt also zum Beispiel Router, Switch oder auch zum Beispiel Tasmotor. Tasmotor kann das Ganze nämlich auch. Wenn wir hier auf Configure Logging gehen, sehen wir hier oben schon die einzelnen Loglevel. Wir müssen allerdings den Syslog-Host eintragen, also die IP von unserem Gerät, Port 5140. Und was wir auch noch machen müssen, ist das Syslog-Level setzen, wie viel wir haben wollen. Machen wir zum Beispiel mal Debug, dass er alles quasi hinschickt. Jetzt hier gucken auf der Konsole. Dann sehen wir hier auch schon unser Log-Host, unser Log-Port und der Syslog ist Active auf 3. Wenn wir jetzt hier drüben gucken. Das kommt ja per Syslog-TCP glaube ich rein. Ah nein, UDP macht er. Hier sehen wir es. Total Incoming. Da hatten wir zeitweise 5,6 Kip, die reingegangen sind. Also da kam was. Wenn wir jetzt auf Search gehen. Tadaa! Da sind unsere Nachrichten. Das heißt, alles was jetzt auf diesem einen Tasmotor-Gerät passiert, landet hier in unserem Log und kann dann entsprechend durchsucht werden. Wo man ein bisschen aufpassen muss, standardmäßig ist hier vorne die Uhrzeit, die angezeigt wird. UTC, also nicht die lokale Zeit. Das kann man umstellen, wenn man möchte. Geht über das Docker-File. Ich lasse es mal lieber. Und bei Source ist standardmäßig jetzt bei Tasmotor zum Beispiel die IP eingetragen. Wir sehen hier oben auch schön, wann wie viel ankam. Wir hatten hier zum Beispiel 35 Nachrichten, weil er halt seinen kompletten Puffer einmal hier rüber gespielt hat. Was man auch machen kann, ist hier oben zum Beispiel sagen, okay, alle zehn Sekunden automatisch neu laden. Dann wird entsprechend die jeweils neuesten Nachrichten immer wieder automatisch gezogen. Und so speichert er das. Wie lange speichert er das? Das sehen wir unter System Indices. Da sehen wir oben das Default Index Set. Wir haben aktuell 59 Dokumente, also Log-Meldungen und das Ding ist 134 Kilobyte groß. Das können wir hier, wenn wir wollen, auch editieren. Relevant ist der untere Bereich, die Rotation Configuration. Und hier sehen wir 20 Millionen Logs in einen Index packt. Und unten drunter sehen wir 20 Indizes Behälter. Das heißt also, 20 Millionen mal 20 wäre die Anzahl der Logs, die gespeichert werden. Das kann man auch umstellen, dass man zum Beispiel sagt, man möchte für einen Tag in einer Datei. Dann wären das hier 20 Tage. Und ja, so kann man dann konfigurieren, wie lange man aufbewahren möchte. Ist hauptsächlich natürlich davon abhängig, wie viel Speicher man am Schluss hat. Eine andere Methode, das ist das, was wir jetzt hier sehen. Anmeldung einer Fritzbox-Benutzeroberfläche. Falsches Kennwort. Ja, das war eventuell ich. Wo kommt das Ganze her? Naja, das ist, wie wir hier bei Files schon sehen, fritzlog.py. Das ist einfach ein Python-Skript, wo das Ganze gemacht wird. Ich verlinke euch das auch mal unten. In der hier geht im Prinzip nur hin. Die Fritzbox kann leider nativ immer noch kein Syslog oder ähnliches, sondern stattdessen geht ihr halt hin, fragt die Fritzbox alle paar Sekunden ab, lädt das Log und schickt es dann entsprechend hier an diesen GELF-Logger weiter. GELF hat man eben ja schon gesehen. Das ist das Greylock Extended Logging Format, müsste es glaube ich heißen. Da kann man ein paar mehr Metadaten mitschicken. Ich mache das hier hauptsächlich, weil ich das Datum von der Fritzbox mitschicke und den Greylock dann sage, benutzt bitte das, sodass wir da entsprechend immer das Datum der Fritzbox haben. ist bei sowas hier eine sehr praktische Sache, weil gerade Fritzbox oder IoT-Geräte, die haben leider keinen Dauerspeicher. Das heißt, wenn man die irgendwie stromlos macht und wieder einsteckt, sind alle Log-Dateien weg und das ist manchmal sehr ungünstig, wenn man irgendwie Fehlersuche betreiben möchte und nachvollziehen möchte, warum etwas passiert ist. Deswegen habe ich mir halt hier dieses wunderschöne Skript gebaut, was halt zu Fritzbox mit den angegebenen Zugangsdaten da macht, verbindet und die Logs weiterleitet. Last but not least noch eins, was wir machen sollten. Wir hatten jetzt ja IoT-Geräte, die nativ Syslog können. Wir hatten Gelf benutzt, zusammen mit Python, um uns selber irgendwas zu bauen, wo wir Daten reingeben. Aber was ist mit diesen ganzen Log-Dateien, die wir noch haben, die zum Beispiel der Server, den wir eben gesehen haben, da lokal ablegt. Dafür nutzt man üblicherweise Drittanbieter-Software. In dem Fall hier zum Beispiel FileBeat. Wenn wir da gucken, da gibt es eine FileBeat.yml, eine YAML-Datei. Hooray! Und im Prinzip, was wir hier tun, das ist ein Input definieren. Dann den Type. Wo sollen die Sachen herkommen? Man kann zum Beispiel Journal-D sagen, wenn man Journal-CTL auslesen möchte. Alternativ gibt es, korrigiere. Es gab File-System. Nicht erschrecken. Das heißt heute Log. Das heißt, das, was ich hier wunderschön gerade kopiert habe, klappt nicht. Muss noch eine ID angeben. Das ist etwas, was man irgendwie selber sich ausdenken kann. Kronos FS. Wir wollen das Ganze enablen. Logischerweise. Und dann können wir hier einfach Pfade angeben, wo Dateien liegen. Zum Beispiel eben Barlog-Message oder andere. So. Ich suche mir jetzt hier mal ein paar Log-Dateien zusammen. Zum Beispiel sagen wir mal sowas hier. Das sind jetzt die ganzen Pfade zu Logs. Und ja, das müsste dann eigentlich schon reichen. Jetzt haben wir die Daten schon mal in FileBeats geladen. Jetzt müssen wir FileBeats natürlich noch sagen, wo soll es hin. Und der nutzt da etwas anderes. Nämlich, der nutzt den sogenannten Log-Stash-Output. Den haben wir noch nicht konfiguriert. Bei Greylock heißt der Beats. Das heißt, wir fügen hier einen hinzu. Launch New Input. Beats. Port 5044. Gerade nochmal gucken. Okay. Also übernehmen wir das. Geben wieder einen Titel an. Starten auch den. So. Vorbereitet. Und jetzt können wir das entsprechend dann hier in FileBeat dann hinterlegen. Dazu sagen wir, er soll bitte ein Output auf Log-Stash machen. Und das Ganze an die Hosts mit der IP-Adresse. Heißt im Übrigen vorne Hosts. Ist jetzt hier ein Typo. Werden wir direkt sehen. Wenn wir hier nämlich in die Hilfe gucken, gibt es ein Test. Respektive Test-Config. Dann sehen wir hier schon, was willst du mit Hosts? Ich brauche Hosts. Das heißt, wir korrigieren das Ganze nochmal. So kann man halt seine Config testen und gucken, dass man keinen Unfug geschrieben hat. Config okay. Testen wir den Output. Dann sehen wir hier, prinzipiell klappt es, aber nicht sicher. Wir haben halt keine Verschlüsselung oder irgendwas konfiguriert. Man kann das Ganze über SSL-Zertifikate absichern. Wie gesagt, ich verlinke euch da noch was. Und ja, dann würde ich sagen, starten wir den Kram mal. Und da sehen wir jetzt hier, Error. No such type Input. Exists File System. Wie gesagt, es war anscheinend mal ein alter Name oder so. Heute heißt das Log. Korrigieren wir nochmal unsere Config. Und jetzt geht das Ganze besser. Wir sehen, hier passiert nichts. Aber wenn wir drüben gucken, da kommen gerade irgendwie so tausend irgendwas Nachrichten pro Sekunde rein. Ja, der liest jetzt halt einmal alle Log-Dateien und schmeißt die Meldungen, die da reinkamen, hier uns in den Index. Das kann jetzt natürlich ein bisschen was dauern, je nachdem, was für ein System man dahinter hat. Wir sehen jetzt hier sind irgendwie 600.000, 700.000 Nachrichten, die er da noch abarbeiten muss. Und ich glaube, das dauert was. Und ja, so kann das Ganze dann aussehen. Wir haben jetzt hier entsprechend unsere Nachrichten. Wir sehen, das hier ist jetzt immer so 10 Sekunden. Alle 10 Sekunden kriege ich 30, 40 Nachrichten hier rein. Das ist jetzt einfach mal alles, was IoT ist, da reingeschmissen. Da gibt es natürlich noch viel mehr, was man haben kann. Und was ich auch gemacht habe, ist ein bisschen Extraktor gespielt. Das heißt, wenn wir jetzt hier zum Beispiel mal so eine IoT-Meldung hier uns angucken, dann sehen wir, er hat jetzt hier auch Analog Temperature und Energy Total und so weiter heraus extrahiert. Das heißt also, diese ganzen Nachrichten, die kriegt er jetzt aus diesem JSON, was da drin ist, raus. Da gibt es unter System zum Beispiel die Pipelines, wo man was machen kann. Oder man kann auch sogenannte Extractors machen. Zum Beispiel, wenn man hier drauf geht, können wir hier einen Extractor zum Beispiel für JSON reinmachen. Das ist alles aber etwas, wo ich euch mal an die Anleitung verweise. Denn das ist sehr davon abhängig, wo eure Daten herkommen. So oder so, wir haben jetzt hier unsere Nachrichten drin. Die können wir natürlich auch durchsuchen. Wenn wir zum Beispiel hier oben hingehen, können wir sagen, wir wollen, was ist das hier für ein Gerät, 65. Wir können zum Beispiel sagen, Source, Autocomplete ist da. Und dann suchen wir nur die 192.168.102.65. Gehen einmal auf Suche. Und zack, jetzt haben wir nur noch Meldungen von diesem einen Gerät. Und alles andere bleibt jetzt entsprechend da weg. Und Datum kann man hier oben halt auswählen, von wann bis wann. Man kann irgendwie Keywords reinmachen, so von den letzten fünf Minuten oder sowas. Die Filter kann man sich aber auch per Hand zusammenklicken. Wenn wir hier zum Beispiel mal in 1 reingehen von denen und die Source suchen. Wo ist sie da? Dann können wir einfach auf den File gehen und sagen hier Add to Query. Dann wird es entsprechend automatisch ausgefüllt. Muss man sich da nicht rumärgern. Oder was wir natürlich auch machen können, ist den Text selber durchsuchen. Das heißt, wir können zum Beispiel sagen Message. Und das Ganze ist jetzt dann, wenn wir die Schräger machen, hier zum Beispiel ein Regex. Das enthält VZ.php, müsste es glaube ich geben. Suchen wir mal danach. Und tada, jetzt sehen wir hier entsprechend alles, wo dieser Text denn vorkommt. Hier VZ.php, VZ.php. Das ganze System ist natürlich nur ein Werkzeug, ob und wie man das nutzen will. Das ist jedem selber überlassen. Ich sammle jetzt hier Loks. Das ist so nach dem Motto, in dem Fall lieber haben und nicht brauchen, als am Schluss brauchen und nicht haben. Hauptsächlich ging es mir tatsächlich um die Daten von meiner Fritzbox. Einfach weil hier in letzter Zeit sehr viele Verbindungsabbrüche waren. Und naja, wie gesagt, wenn der Router dann neu gestartet wird, sind die Daten weg. Das ist nicht optimal. Und ja, das habe ich auf jeden Fall jetzt hier geschafft. Wir sehen jetzt hier zum Beispiel, dass irgendwie morgens um fünf plötzlich da Freigaben hinzugefügt wurden. Die Geschwindigkeit sich geändert hat. Und die Leitung offensichtlich mal wieder nicht ganz das liefert, was bezahlt ist. Jetzt bin ich froh, wenn die Faser da ist. Aber dadurch, dass ich jetzt hier drin suchen kann, kann ich jetzt hier auch zum Beispiel sagen, okay, gib mir bitte alles, wo in der Nachricht drin steht, dass das Training beginnt. Sprich, er versucht sich mit DSL zu verbinden. Ups, entwert groß geschrieben, ist ja okay. Und jetzt kann ich hier genau sehen, wann um wie viel Uhr die DSL-Verbindung abgebrochen ist und wie man unschwer erkennen kann, es es öfter als sein müsste. Naja, immerhin kann ich jetzt suchen. Und damit würde ich sagen, tut hier der Log-Server, in dem Fall Greylog, was er soll. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020